ja hallo und wird herzlich willkommen zu einer weiteren folge von dark and light wir wünschen euch unheimlich viel spaß dabei ja hallo es geht los ich bin hier mal wieder am aromen wegschmeißen vor allem ganz hier wegschmeißen muss hier nämlich so was muss ich schon überhaupt machen moment aufgabe das kann ich hier ja gar nicht nur doch wenn du schwefel dabei hast moment mal eben ich müsste mal eben ganz kurz raus ja also schwefel habe ich leider nicht einfach mit der eisenspitze auch steine drauf kloppen okay das mache ich jetzt mal gleich so schwer ich brauche schwefel bang bang jetzt kriegt wieder so tolle steine dazu als ich noch nicht schwer genug bin so und dann was wollte ich machen was wollte ich machen antiseptisches holz ja okay noch mal gucken das kann ich hier ohne ohne werkbank machen ja was denn das was fehlt jetzt habe ich gerade runter geschmissen wie ist alles da was willst du denn von mir du bist wie gut dass ich gerade bekommen will passt wieder keiner auf mich auf was wo bist du denn überhaupt ja oben am herr ich war kurz unterwegs dann musste kurz raus ja aber aber ich kann doch gar nichts zu dir so weit alles gut alles gut ich hab's noch überlebt der greife ich hinüber so ich wollte jetzt mal antiseptisches holz machen wie viel muss ich das weiß ich sein dass es nicht reicht ein oder 18 stück das wird schwer moment schwefel müsstest du genug dabei haben die habe ich nicht ich muss es erst mal klopfen so kommt den schwefel hau ihn hau ihn ja ja bergbau und schmieden frei jawohl und hier oben müssen eisenerzader ja ich kann mich nicht bewegen es kann einfach nicht wahr sein und wieder kann ich nur einen herstellen das ist doch doof ich habe dieses doof dieses an kamen wird das krieg nur vom baum ja wieder spezialachs die du gerade vor zehn minuten gebaut hat okay wenn ich mich dahin bewegen könnte wäre es gut ich will das blöde kein zum material nicht loslassen ich bin schon dabei ich weiß schon wieder ich schleich doch auch schon wieder ganz blöde hier durch die gegend ich habe so viel erz kupfer erz ich was hat uns ja gesagt dass das noch ewig und drei tage dauert bis wir mal so klarkommen ja 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 super super so kommen wir doch klar und jetzt weiß ich wieder weg wo man anders geht es leider nicht ich kann mich schon wieder nicht bewegen so ich bin auch genau das ist einfach alle 13 stück fertig und erst mal den ganzen beifang wegschmeißen das wäre aber stein sind nee nee das darf ich nicht wegweiten das ist mit rielerz stein darf ich wegschmeißen mit rielerz habe ich nicht viel ich habe gar keins warum habe ich denn hier war holz die hilfe was ist passiert wo wird praktischer spiel warum soll ein spiel denn praktisch scheinen ups ich kann nicht durch muss man gucken ob ich hier durch kommt jetzt seid ihr schon ganz oben auf dem berg ich bin gerade wieder auf dem rückweg ich glaube so allmählich kannst du doch was fragen nicht mehr viel bisschen einem kupfer oder so ich möchte das nicht wegschmeißen ich habe noch 151 kupfer die du vielleicht tragen und da kann ich mich wieder bewegen sie schleiche ich noch selbst durch die gegend wie ja 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 eben bist du sehr leichtfüßig also ich muss mich von diesem blöden kupfererz befreien jetzt wieso schmal so eher das holz und das andere ist und ich habe schon wieder diesen blöden tasbückel ja ich bin fern ich bin auch fern so jetzt muss ich mal gucken wer kann ich auch annehmen ich soll ein steinsperr machen fünf stück was ist da was machst du ich kann mich nicht bewegen wie hast du das denn jetzt wieder gemacht habe ich den vielleicht auch schon den zaubern ist der stein der inkarnation ja da brauche ich dieses holz für warte mal wie viel brauche ich denn ich brauche 30 da müsste ich noch ein bisschen mehr holz waren ungewöhnlichen stein neben den köcher packen ach da inkarnation oder so ja 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 und dann kannst du dann mehr tragen bleibt dann ein das ist schon blöd dann lohnt sich das ja gar nicht doch doch du kannst höher springen bisschen ticken schneller ja aber wenn ich damit auch nicht viel schneller vorankommen bringt dass er nicht dachte dass man dann so einfach mal wieder zurückspringen zurückgehen kann da weißt du da so blöde kannst du anstellen hinspringen wo du vorher nicht hingekommen bist ja okay aber die schnell reisen oder so was das kommt noch ja das wäre doch was schnell reisen ohne der wieder aber denkt dran überladen lassen die uns nicht schnell reisen was ist denn das was ich hier brauche ich brauche Quarzsand hat jemand Quarzsand dabei jetzt wirst du aber komisch du aber sowas von typisch weib typisch schwanzloses gesorgt aber hier oben ist ja so ein bisschen leidisch aber ich kann wenn du zu mir hochkommst setze ich dir mörser hin ich habe keinen mörser bauen warte aber die kann ich selber bauen müsste die das selber bauen können wenn ich da habe ich ich habe auch genug kopf und steine klopfe ich mir gerade wenn ich mich dahin bewegen könnte dann schweiß doch das leder weg so dass ich hier alles wegschmeiße was ich gerade mühselig gesammelt habe sondern schweiß ich jetzt kupfererz weg kupfererz ist wertvoller als nein nein ich mache jetzt die runde der wiederkehr so wie heißt das ding schon wieder vergessen ohne der inkarnation nein der wiederkehr ein magischer steiner von einem teleportation zauberer fülltes das wirken des zauberers transportiert dich in die stadt einer fraktion auch so dort ding wer funktioniert das nicht oder was steht ihr vor ich weiß haben ja dann bitte ich schnell da ich brauche aber ich stelle jetzt hier oben mal kurzen mörser hin und macht quatsand weil ich brauche mit sicherheit gleich auch noch quatsand mani war der teleportation da verlierst du doch auch ein teil der sachen oder ja nicht da verlierst du auch alles was du was rohstoffe sind ach hier kann ich gar nicht du musst immer bevor du auch den teleporter jetzt bei uns in der bude benutzt wenn du meinetwegen in die zweite oder dritte bude mittels du musst ja die rohstoffe ablegen ach so für den hier brauche ich ja dann von t von mann wo ich eine plattform bauen um den mörser darauf zu bauen ich mach mir das was ist denn das hier schneefäder sollte ein schneefäder herkriegen aber hier oben ist so ein zweiköpfiger geier vielleicht hat er ein zweiköpfiger geier ist gut jetzt habe ich hier hier ins holz und hier bräuchte ich auch nicht da muss ich kann ich muss jetzt erst mal überlegen was ich mache es nützt nichts ich muss stein wegschmeißen das kann ich mich auch wieder bewegen so fertig ja ich kann auch nicht anders ich muss wertvolle sache wegschmeißen stein kann ich weg ich kann doch das leder jetzt nicht wegschmeißen was ich gemacht habe das sind 22 pfund ich kann eigentlich nur das kupfererz weglegen ich habe nichts anderes mehr vielleicht nützes hilft es was wenn ich das weg und dieses spezielle zeug na gut ich kann versuchen noch mal einen rucksack zu nehmen das geht jetzt kann ich zumindest mich bewegen kann mich jetzt auch noch bewegen ich kann mich auch bewegen musste der rest hin der ist schon weg na gut dann gehe ich jetzt mal zurück zur stadt zu dem dunkeln wenn die fürchtet sich sind alle wieder weggelaufen ja nur das problem ist in der stadt kannst du schon wieder keine kein mörser hinstellen oder sowas naja egal müssen wir halt die aufgabe später erledigen dann guck was sie noch für die aufgabe erledigen kann ja was hat bestätigt sagen ich muss sind auch sehr tüten schon wieder mann wie oft genug panzer aufbrechen sende ungewöhnlichen stein ja mit der spitzhacke an den stein gehen ich kann ich kann im moment nichts zu machen das hat überhaupt keinen sinn ich muss erst gucken dass ich überhaupt ich mache erst mal eine elfe so eine elfe kommt elfi elfi oder oben bist du jetzt noch auf dem berg oben ja ja ich ja langsam runter fürchtet euch nicht siehst du meine elfe schon glaubt nicht ich kann jetzt auch gerade nicht gucken was und ich versuche mal in die stadt zu kommen schlimmsten fall ist so ungenietet oder ich wo ist denn unser anderer zwerg in der zwergenfestung bist du da schon warte mal ich könnte versuchen hier quer zu laufen das zweite idee mir ist kalt und hohen gut bin ich auch bald mein lieber augen lotto so ich würde mal den sperr nehmen und ob der hat eine bessere wirkung vielleicht kann ich ja jetzt hier runter dann glaube ich kaum der sperr macht 57 schaden und das schwert herstellbares eisenschwert 61 ich kann ein aber jetzt hier mit 61 was hat meinst du 55 weil du das sprechende level noch nicht hattest er hat das gekauft ich habe gerade ein schwert gemacht also ja 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 das ist natürlich was anders ja so mädchen schleicher die elastischen beinen ich komme ich jetzt hier heile runter ja das könnte klappen na wunder kacke es wird es wird gelb ist alles gut ist nicht schlimm alles gut dachte wäre jetzt diese spezial nacht wird dann das bildschirm gelb oder wie jetzt ziemlich kriminös in der gegend das hört sich nicht gut aber du sagst warum fürchte ich mich also wenn die fürchte sich nicht warte mal jetzt wasser zum trinken vielleicht kannst du mal ein bisschen wasser trinken 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 geht nicht brauche dich rosen warte mal etwas aber du hast auch tonnen von kopfweilern schon drin wow so das passt jetzt habe ich vor fünf vor zehn minuten mit stöße gebaut und jetzt kriege ich die aufgabe gebaut so warte mal jetzt habe ich hier habe ich jetzt ein bisschen metall dazu getan ich bin trotzdem das ist das leder guck mal was an fleisch drin hast ich habe kein fleisch ich habe alles vor abgeschmissen ich habe nur spezial sache wo jetzt soll ich quatschand herstellen und male schwefelpulver aber das mache ich dann bei uns in der butzelbude und die herstellbare eisenachs natürlich auch war dann suche ich mich jetzt lieber noch eine neue quest aufgabe das ist das war die corkone sich ungewöhnliches gras und ranken das können wir doch machen haben wir das nicht schon alles mal dreimal gemacht ich weiß auch nicht ja ich weiß auch nicht warum wir das dreimal machen ja ja einmal für die satür einmal für die gorgonen und was war das andere die andere fraktion waren gar nicht wo ich kann wieder laufen vergesst ich wir haben ja schon mal was bei sommer schnell hier in unserem anderen solo und spaß serve ja was war da da haben wir das auch schon alles gemacht deswegen glauben wir vielleicht dafür dass hier schon auch schon gemacht haben was so das könnte natürlich sein ich kann es ja nicht sein dass der baum der muss ja weggekloppt werden es gibt ja auch keine bäume mehr jetzt kann ich schon mal das ganze holz wegschmeißen ich geh nur fässer kloppen steine ich schleppe auch viel zu viele essen glaube ich mit mir rum teilen droppen so es sagt kloppen und ein paar ungewöhnliches gras muss ich noch haben genau was brauchte ich eigentlich jetzt noch moment das könnte ich doch jetzt erst mal machen ich muss ungewöhnlichen stein haben den krieg ich bestimmt nur und immer womit mit der spitzsacke an steine kloppen ja mit der satür spitz und der satür spitzsacke genau hier habe ich noch nicht hat man gleich die bauen das gleiche habe ich die steine weg geschließen und jetzt muss ich meine meine mein schwert wieder reparieren oh ich brauche noch ein bisschen oh ja oh ja ich müsste eine steinachs war ja die habe ich zu hause gelassen ich glaube ich doch nicht mit mir rum ich brauche ein bisschen von dem kupfer ja liebe zuschauer also wundert euch nicht es ist halt so festen auch mal zwischen durch machen und es ist nun mal ein elend mit dem und dann tragegewicht also ja das ist sehr schlecht finde ich ein ungewöhnliches graf jetzt ist hier nichts in der ecke das gibt es doch gar nicht da muss ich wieder was wegschmeißen womit ernst ist das ungewöhnliche gras mit dem schwert oder mit sich ungewöhnliche gras habe ich jetzt mit der sichel gefunden auch schon wieder abgelaufen ist das wieder mit welcher sich das gemacht eisen oder satür mit der satür die habe ich jetzt muss ich eine normale bauen das wäre holz dauert alles weggeschmissen ja die ist jetzt natürlich auch kaputt gegangen aber ich kann wieder reparieren gut dafür habe ich genug material wenn ich mich noch mal in die wälder ja hier unten sind ein paar zwerge da kommt ja nichts bei raus da muss ich will einen anderen also wir wollten bauen holz brauche und steine und gahn das heißt das kann kriege ich mit der axt ja das reicht schon dass man kann bei mitte nämlich also nicht aus den büschen oder sowas spock ne muss schon am was am boden darum kommen ja das boden gerade das ist ja nicht so stelle duft öl her das geht jetzt hier sowieso nicht dieser tür sicher habe ich doch gar nicht gucken ob ich hier eine bauen kann so saurianer ich soll doch gar keine saurianer machen ich soll doch das verstehe ich jetzt wieder nicht warum komme ich immer auf dieses blöde ding zurück wo man eh nichts machen das können wir auch nicht duftöl geht jetzt im moment auch nicht jetzt doch den den sperrkörper machen das beginnt mein freund wie ist die menschleur der schaden uns almost impossible to see du kannst du nicht nur in der gloom ein fest dem kurs hat das doof gemacht natürlich stein gut da müssen wir halt da dran gehen und stein kloppen also mit den ungewöhnlichen steinen den kriegt ich doch mit der satyr axt mit der satyr axt steine kloppen genau naja aber ich habe die beginne nicht genau die wollte ich aber ich kann das auch jana spitzhacke machen aber ich picke ich habe keine solche pg kann ich mir gar nicht herstellen kann ich noch nicht herstellen ist saurianer spitzhacke kann ich herstellen einfach sowas mit der saurianer ja die muss ich aber erst bauen warte mal ich brauche noch ein paar steine gut ich muss mir jetzt ein paar steine klopfen damit ich die haue ich da einfach drauf so was haben wir denn die haben ja na ist sie denn jetzt wieder da was fehlt denn da ist die normale genau wie wollte ich jetzt holz kriegen muss ich dann mache ich mir die saurianer genau so jetzt haben wir es der richtig diesen ungewöhnlichen theoretisch ja praktisch fragezeichen ja okay praktisch was kriege ich vielleicht steune raren stein wir wollen raren stein war und steigen und ankommen steuern und kurze feuer magie freigeschaltet feuerwand aufgeschlossen ja ich habe jetzt den fels herweg gucken was man rauskommt raren staunen rast der stein ist weg was guckst du denn du zwerg du so was fehlt mir denn hier jetzt schon wieder das schmeißen wir erstmal weg geht das frisst auch so rot ja ich habe einiges an raren stein bekommen jetzt ist ja nichts hier eigentlich ist der stein so jetzt gucke ich mal was können wir denn weg schwein ich wollte irgendwas machen moment hier habe ich ja jetzt was wollte ich überhaupt machen heute ungewöhnliche stein organisieren genau wie viel habe ich denn ankommen stone raren stein müsste ich das doch jetzt erledigt haben genau nee ist nicht ach du musst jetzt muss ich mir neue steine suchen über den da oben fang an los man kann hau in den stein meine ich 123 man was könnte klappen das könnte klappen ist der stein wieder abgehauen so was haben wir denn jetzt 249 davon die schmeiß ich jetzt weg 28 davon das heißt doch fertiger ein mörser und ein schlüssel ein an für den kann ich das ja hier ja was brauche ich denn das war das haben wir schon super so die aufgabe ist auch erledigt stelle quatschern herz so das kann ich hier aber nicht weil ich hier nicht hinstellen kann genau ja ok muss sowieso offene foundation damit müssen wir dann halt wieder zum ding so töte auf sehr können wir vergessen fertige inkarnation ist ja ich möchte mich langsam runter wir müssen aber noch eine folge aufnehmen wir müssen jetzt gleich einmal kurz aufhören und dann müssen wir jetzt noch zeigen wie wir nach hause kommen dann haben wir halt elf folgen ich kann es jetzt auch nicht ändern ich bleibe hier nicht oben jetzt soll ich gehen mit sicherheit ausrüsten so diesel da einmal den berg hoch jetzt soll ich schon wieder ein stein schwer herstellen satür ich komme jetzt mal runter ich schmeiße jetzt so viel wie möglich eben weg dass ich laufen kann dieser stein der will schon alleine 30 einheiten und ich habe zwei davon weil ich vorher auch schon mal eine hergestellt hatte glaube ich da ist auch jemand der darum zaubert mein bogen hat sich zerlegt so ein mist ich habe auch gott sei dank das material dabei ist dass sie da hinten das muss ich jetzt aber mal nachprüfen was das hier ist irgendwas schleichendes meine lieben freunde wir müssten uns leider schon wieder von euch verabschieden ihr seht alles nicht so ganz einfach vor allem wenn man ständig überladen ist und man sich von nichts trennen kann aber wir sehen licht am horizont also ihr lieben macht's gut tschüss bis zur nächsten folge tschau irgendwann krieg ich das vier hier noch tot also tschüss tschüss ah ich bin aufgestehen und hab's tot gemacht oh man cool quenny hat gewonnen hmmm hmmm tschüss 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 tschüss